Ich weiß, ich weiß, ich trag zu viel. Das Zeug ist aber auch schwer, hey. Mhm. Ich bleib jetzt mal hier stehen. Bei dem Zinn. Ja, das Problem ist, ich komm nicht so weit wegen dem Gegenwind. Ich steh halt gerade mitten auf dem Meer. Ja, dann scheiß auf die zwei. Ich hab da ja 30 in der Tasche. Okay. Ich komm zu dir. Also, du siehst mich ja, ne? Mhm. So. Kannst du gleich in Storage packen. Wir können ja ein bisschen weiter an der Küste lang, also. Mhm. Boah. Ei, 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 ei. Heilewitzger Kapitän. Iii, joix. Aua. Autsch. Erinnert mich an gewisse andere Spiele. Erforderliche Handwerksstation fehlt. Achso. Stimmt. Ich wollte Schrift reparieren. Ah, ja. Wir sind das da vorne. Boah. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir hören willst. Äh, ist das Kupfer? Das ist bestimmt Kupfer. Boah. Das ist die richtige Antwort. Mh. 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 Achso, wegen dem, ja ja. Apropos, ich schmeiß mal ein paar Sachen ins Meer. Das kann raus. Ich mach das Doppelte an Schaden, das merkt man. Okay, du machst 20, ich mach halt 7. Ich bekomme auch kein Kupfer raus. Wieso kommt da kein Kupfer raus? Guck mal genau nach. Ich bekomme nur Steine. Ich glaube, jetzt hast du gerade den Boden abgebaut, ein bisschen. Ja? Willkommen zu Besuch. Was bist du, alter Grauzwerg-Schamane? Ach, schon wieder so einer. Hier ein Grauzwergen auch. Oh, der hat zwei Sterne. Alter, alter, alter. Hast du ihn? Nee. Ich hab halt auch keine Ausdauer mehr. Mhm. Ich hab ihn fast. Jetzt ist er weg. Der Haio hinter dir ist wieder einer. Ja. Ausdauer. We're gonna make you down. Ich kann mir überlegen, ob ich so ein Med mal saufen soll, wegen der Ausdauer. Ja. Ich geb mir jetzt so ein Med. Komm. Abwad. Komm, gerne. Reine mit. Ja, der da oben hat sich aufgehangen. Genau. Schönen Honig hinterher. Der hat sich aufgehangen. Jo, guck mal. Das ist ja ein blöder Zufall. Der kommt da gar nicht weg, ey. Okay, höher zielen. Oh, ich glaube, ihm geht's nicht mehr so gut. Guck mal, da rechts werfen Leute mit Stein auf uns. Lässt du die Hände vom Schiff. Ja, der oben ist weg. Ach, einer grau. Jo, jetzt ist er weg. Blödi Zwerge, ey. Die Nacht, die Nacht ist halt echt... ...erlassend. Leider. Wie viel Kupfer hast du? Zwei. Ich hab wohl ein bisschen mehr als du gerade. Würde ich auch sagen. Ja. Also ich hab schon ein bisschen was eingelagert. Ja, ja. Und... Okay. Ich hab auch wieder ne Unterrollen. Ja, meine Hacke ist jetzt... Hier. Leider. Ja. Ja. Wenn du die Gegner dann einfach... ...flüppeln kannst. Ich hab... Fünf. Oh. Einfach die dummen Dinger weg. Das kriegen wir schon hin. Ich baue mich mal durch. Wird glaube ich gerade eh wieder hell, ne? Da kommen jetzt zwei Freunde gleich. Hm. Ne. Ich glaube so richtig hell wird's doch nicht. Das sah gerade so aus irgendwie. Was ist das hier? Pass auf Alex. Oh ja. Einmal... Oh! Vorsicht! Der Typ da. Der mag uns nicht. Ich wurde mal wieder vergiftet. Bescheid. Der Ausdauer. Nein. Aua. Den hab ich schon mal weggehauen. Und der verfolgt mich. Oh. Lass mich in Ruhe. Nico? Nico? Ich brauche Hilfe. Ja, ja, ja. Au. Das hat weh getan. Also das mit dem Ausweich nicht immer auch anders machen können als mit der Leertaste. Mhm. Und noch so ein bekloppter Schamane hinterher. Nein. Oh. Ich bin fast down. Ich bin fast down. Okay. Sind beide tot. Und nochmal. Ich habe wieder drei... Nur drei Kupferer... Was ist denn los, Alter? 22 Kupfererz? Ist das euer Ernst? Ich glaube die Kupferschicht ist da gar nicht so dick. Da ist irgendwie viel Boden. Aber da kann man sich ja... Guck mal hier. Ich hab nur 26 Leben. Mh. Hier kommt ja nichts drunter mehr anscheinend. Da kommen schon wieder. Da kommen schon wieder zwei. Doch. Oh. Ah. Das ist der Hai da oben, ey. Bei ner Ausdauer. Ah. Den hab ich... Ah ja, sehr schön. Zwei, zwei, okay. Da kommt schon ein Schamane. Da ist doch irgendwo ein Spawnpoint, ey. Würde man am liebsten sagen, aber. Wilder hoch, danke. Das dumme Ding hier abbauen. Ja, vor der anderen Seite kommen sie auch wieder. Mhm. Ah, okay. Vorsicht, das Ding geht gleich weg. Eins. Und. Bats. Yo. Wie viele Kupfererz haben wir? Hast du vielleicht auszusehen nochmal was eingesammelt? Ne. Okay. Dann haben wir nur 30 Kupfererz. Also nur ist gut, aber. Komm mal her, du Pfeilpfeil. Und da hinten kommt sein Kumpel Kunterbunt, Alter. Verrückt. Oh. Ah, hier ist noch so ein Hayopal. Okay. Okay. Kurze Ausdauerpause. Eins. Zwei. Oh, da kommt so ein Berserker. Ne, Schamane. Und noch ein Berserker? Ja, oben, oben. Er kommt von oben. Haben wir gerade gesehen. Da würden wir einmal in Ruhe abbauen, weißt du. Aber danach können wir uns tatsächlich die Rüstungen zu Ende bauen. Da kommt noch ein Schamane. Und da kommen noch zwei Zwerge. Oh, drei Zwerge. Wollen wir vielleicht... Vier Zwerge. Wollen wir abhauen? Ja. Ja, dann komm. Kannst du irgendwie markieren, wo wir das hier gefunden haben? Boah. Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Okay. Ich halt an, ich halt an, ich halt an. Ah, ich halt an. Kann ich anhalten. Warte, warte, warte. Ich drehe, ich drehe, ich drehe. Das mit dem Drehen ist nicht so einfach. Ich hab's anders geplant. Okay, komm, 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 komm. Ja, ich komm halt direkt im Gegenwind halt. Ja, ich glaub, es wird gleich hell vielleicht. Hm, glaub ich auch. Ah, ich könnte was zu essen vertragen. Okay. Okay. Ja, dann warte mal, dann lass uns hier noch hier die Hayos weghauen hier, also. Ähm. Ja. Aber wenn du drauf bist, ist ja perfekt. Oh Gott, sagen, das Boot schippert irgendwie weg. Immer das Gleiche. Oh Gott. Zwei. Zwei. Vier. Okay, sag mal. Okay, es hat sich jetzt schon gelohnt. Ich hab sieben. Sieben von den... Oh, ich hab noch mehr. Kommst du wieder, oder? Ich versuch's gerade. Oh. Die Spitzsacke ist kaputt. So. Dann haben wir auch nochmal zwei. Okay, jetzt kommst du drauf springen. Okay, Moment. Ja, da kommen wieder Welte. Ich komm rüber. Hopp. Fahrt. Okay. Können wir jetzt zurück nach Hause, oder? Jaja, komm, lass uns zurück. Die haben, ähm... Also jetzt können wir 20 Bronzebarren knapp wieder machen. Also das ist auch schon mal was Gutes. Ähm, zu Hause ist aber woanders, ne? Ja, das ist halt wieder rechts herum halt, oder? Mhm. Ja, das ist gerade ein bisschen blöd mit dem Wind. Mhm. Da bewegt sich jetzt halt gerade gar nichts. Nee. Genau, aber wenn du jetzt hier genauso längst... ...sollte es ausreichen. Boah! Wir machen ein bisschen Segel raus. Ah, da ist ein... Oh, ha, ha, ha. Da vorne sind doch zwei! Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Au! Au! Okay. Wir sehen uns schon sinken. Einfach, weil wir zu viel schon irgendwo gegen gefahren sind. Okay. Vorsicht, da vorne kommt auch eine Halbinsel, ne? Sehe ich auf der Karte schon. Äh... Ja, wir haben fast Gegenwind, ne? Guck mal, dann dreh doch nach rechts so ein bisschen größeren Bogen. So meinst du? Ja, 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 so ein bisschen größer und dann haben wir ein bisschen Seitenwind stärker und dann... ...können wir irgendwann einlenken. Jo, guck dir das mal. Ich glaube, hätten wir noch ein bisschen mehr machen müssen. Jetzt muss es eigentlich gehen. Okay. Ach nee, das kommt ja von da. Ja. Da habe ich falsch geguckt. Perfekt. Komm, komm. Oh, was ein Wind. Endlich. Abwarten. Boah, jetzt müsste ich irgendwie doch ein bisschen einlenken sein, oder? Hm. Boah, ganz schön stürmisch hier. Mhm. Halt mich schon fest. Jo, jetzt sind wir auch um das Größte rum. Jetzt müssten wir es eigentlich schaffen. Kommt halt immer noch echt blöd auf uns zu. Mhm. Aber wenn wir ganz nach links lenken... Oder? Weiß nicht. Ja, ui, das ist aber zu weit. Ja. Ui, 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 ui. Ah ja, war klar. Weil man braucht immer so lange zum Drehen, ne? Mhm. Ja, 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 stimmt, stimmt. Jetzt haben wir aber Rückenwind. Der Wind hat sich gedreht. Ja. Ja, schön. Dann sind wir ja schnell da. Oh, ich dachte, wir brauchen das Größte, das Schiff hier. Jo. Da geht's ab hier. Oh, da hinten ist ja richtig hübsch. Diese kleine Insel. Mhm. Ja. Und da steht ein einsames Reh und ein... Oh, oh, und ein Riese. Ein Troll oder was auch immer. Ja, ja. Ach, so ist das also. Also, der Haiopai steht hier vorne. Ähm, also ich habe zehn Fälle. Nice. Vier Kirstrophen. Wir haben... Oh, 41 Kupfererz. Es ergibt 20... Ja, doch, es ergibt exakt 20 Bronzebarren. Okay. Also, das sollte gehen. Oh, ein bisschen weiter rechts, glaube ich. Ich sehe nämlich gerade, dass wir in die Mulde reinfahren hier. Oh, ja. Sehr gut. Jo. Wo sind da... Achso, das sind so die... Schwaden hier. Ob man irgendwann mal tauchen kann? Hm. Na, glaube ich aber nicht. Ist ja mit der Ausdauer immer irgendwie ein bisschen... kritisch. Ja. Anscheinend säufzt der einfach ab, oder? Ja, du stirbst halt, ne? Ja. Ja, vor allem da im Wasser zu sterben ist wahrscheinlich richtig scheiße, weil du musst das Zeug ja wiederholen. Die Frage ist, wo es dann ankommt, ne? Ja. Okay, ich hoffe, wir können da einparken. Ich hoffe, das klappt. Weil die... ist recht klein, die Einparkbrucht. Also... Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen, ne? Ich habe es schon ganz nice gemacht, dieses Segel, ne? Oh, ja. Ich gucke gerade... Da vorne war die abgebrochene Hütte, genau. Das ist echt hübsch gemacht. Und es macht auch mega Spaß. Oh, Vorsicht, nicht so weit links. Du musst auch ein bisschen reinfahren, ne? Also... In die Wucht. Ja, ich habe schon. Okay. ACH! ACH! BABYERĄTIZE BABYERĄTA BABYERĄTIZE ACH! ACH!